ARD Text im Auftrag von Funk Wir werden gewinnen Ich mag die Wände nicht Ich hab mich random Nein, ich hab mich random zuweisen, dass wir zu fähig sind Super Ich glaube, ich hab auch random gemacht Wir haben die Bombe Wir sind einfach viel für einander geschaffen, Alter Ist schon übelst abgeklärt Ich muss weg Wir sehen mich Die sind da beide, die sind da beide Felix hab ich Wir bleiben einfach hier Wir bleiben einfach hier Good job, my friend Glaub nicht, dass der von da kommt Wir haben die Bombe Was? What the fuck, ich war schon längst weg Was sagst du taktisch platziert? Bei mir war ich voll weit weg, Alter Ich hab irgendwie auch nicht Hot Vorteil, Hot Vorteil Ja, ja, Hot Vorteil, ne Alter, bei mir war ich viel weiter weg, ich mein's ernst Ernst, was? Ernst, was? Ich glaube, ich sniper wieder Nein, komm schon, Felix, Alter Das können wir locker gewinnen Ja, aber trotzdem, Snipern ist super Was heißt hier locker? Locker easy, ja, small Gegen, äh, fast kalb, hier, alter easy Vor allem, weil mich hier heute zu schlecht ist, alter easy, alter easy Alter echt, halt schlecht Weiße Ja, da hab ich nicht so viel anstecken können Was sagst du? Ich bin gekillt, hörst du Leute, Leute, da schlägt noch einer Einfach drauf, mach Ich hab ihn geblendet, äh, ich hab ihn markiert zumindest Da ist er recht, 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 recht Ich seh noch, ich hab noch gesehen Die Bombe wurde platziert Wie, das war Zu dem Feuer, Alter Aufklärungsdrohne in Bereitschaft Wiederholungsdrohne online Weiß, dass wir den wirklich runterholen Mit Schüssen Ja Alter, da machst du gar nichts CRECYS HARDCHEED Auf den Track Mach mich auch crazy Im Partizell Nr er hätte sich nicht andere Waffe was war so gemacht aber ich bin tot weil ich mich vertreten was sie gewechselt Sachse ich habe Zuschauer gewechselt ich will so verfinden wenn sich der Basti auch ein bisschen ich weiß nicht ob er denn lauft nein ich war einfach oh Gott ich habe gerade gezittert Alter Pascal ist eine Warmaschine ja jetzt kommt die Warmaschine aus ihm raus Pascal der Simulant du Depp du Depp oh man suche und zerstöre das Ziel verteidigen ich habe uns die Bombe blärt ich bin in der Mitte bei A oh 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 also ich will nur so auscool Oh ihn von Cornelian jetzt hab ich nen richtig geilen Namen, wie war der? äh Cornelius der ist richtig Rainer ist richtig nice in der 6. Klasse als deiner Rainer Rainer Zufall sagste ja das war schön ich bin nicht schön Computertyp approves this my friend ich hätt doch beplaneten sollen doch beplaneten sollen aber nein Pascal wollte ja unbedingt dass ich A gehe scheiße ich hab nichts gesagt ich war schon bei B und sagste ne geht da nicht ich hab gesagt der kommt von oben ah Sebastian ich hau gleich Ding na ja ready oder ready weg da weg da weg da weg da lass n Scherz sein soll ich einen machen hä da von unten was weiß ich aber fies lass ihn lass ihn oh Michi grad wenn mir fast das gleiche passiert wie dir grad eben er ist wieder da unten okay ist ne Lüge ist Michi schon tot? ja oder? ah what the fuck die voll nicht gesehen ey was? nice 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 hast du in Michi ist umsichtiger Leon alter ich hab den halt überhaupt nicht gesehen Pidelius ist auch ein richtig ich hab mich überhaupt nicht gesehen ey voll daneben das Ziel verteidigen so ein Tricks Clay alter Michi ist einfach ein Ninja Michi ist echt übelst ein Ninja übelst das Leon Ninja Ding ich komme Felix wuuu wow da dachte ich ich zieh mal lieber ein bisschen länger egal ob ich weil ich wär vielleicht ich war vollkommen weiß ich hab nur auf die linke Maustaste gedrückt die Bombe ne? ich weiß er kommt von da irgendwo da da war ich schnell tot den Kampf verloren bereit machen für den nächsten hast du Sit-Rap drin oder was? naja warte mal glaub nicht ich sollte aufhören zu rennen alter komm mal so langsam in den Schuss rein suchen und zerstören doch Sit-Rap wow ich helfe mich immer noch wir haben die Bombe wir haben die Bombe ja nein du tipp geht da hm äh feindliche Aufklärungsgeräte identifizieren uuuuuh das ist nicht super oh na fuck tut mir leid da war ich grad ja wohl bin ich unterbrochen hättest dich besser verstecken sollen Basti hast du ihn gesehen? ich hab dich aber nicht getötet weil es scheiße wäre das ist aber nicht so ich werde nicht gewinnen ich werde wenigstens fair gewinnen klar mich hier nicht so wie letzte Runde alter äh vorletzte Runde was war was willst du damit sagen? ich hab mich gekratzt und du hast die Bombe geplantet pick mich fängt auch mal ranzugeleitet igit woooaah mann ich versteh das nicht wieso weißt du weißt du ich hab geprefired weil ich genau wusste in dem Moment kommst du oh Gott ich war voll in deinem Blickwinkel ich hab einfach gedacht du denkst nicht da da ist er irgendwo da ist er irgendwo gut job gut job gut job gut job ich hab dich an dem Zaun hängen geblieben boah stirbst irgendwann mal warte nein ich hab fuck hammergeil fuck hast du bestimmt ein lag links geil ich weiß nicht hätte das jetzt geklappt das ist nicht egal jetzt hat er einen jetzt hat er einen Predator und ich auch ja ich hab gesehen wie du sie einsetzen konntest ja wenn das so ein behinderter Bug ist kann ich auch nichts machen na dann halt mal sag mal bin ich egal du sag mal egal hau mal Predator oder Basti ne komm folg mir ok ne ich hau schon chill ich hau gleich so wohl ne er hat noch keinen Predator er braucht noch einen Kill gut nachgerecht das ist ja ich bin nicht ganz sicher vielleicht speist du mich vielleicht für später auf Ding äh Basti ist außen ok ok ah Pascal das war ein Waste eine Preddie das war eine gute Aktion vielleicht das war einfach eine krasse Aktion ja war es halt echt Gott sei Dank schau mal wenn du hast so viel gesagt die Bombe wurde platziert ich fühle mich so fast so leer ok du hörst den oder du hörst den oder das war geil du DEEP wie Pascal du DEEP du Simulant oh Gott ich hab zwei Kills tut mir echt leid man aber ah fuck Egal bei mir läuft grad bei mir läuft grad du bist halt irgendwie dein War-Maschinchen suche und zerstöre weißt du was ich grad gleich mal haushau warst du in der richtigen Maschinchen die haben die Himmel umfliegt die haben die Himmel umfliegt oh je da kommt der scheiß Heli und wir sind auf der Hauptseite Verbindete Cobra kommt das ist einfach nur rennen das ist einfach nur rennen so schnell wie möglich einfach nur rennen aber auf dem Episcope war echt nicht schlecht boah von wo? what the fuck? der ist da hinten im Haus boah Gott klingt das wie knapp hinten im Haus dort du weißt dass der Hubschrauber nicht ewig hält der kommt von da hinten von hinten von B klar oben A 10 oh tot ja er ist gleich hier wir müssen nur warten bis der blöde Heli weg ist ich ja ich ich kannst du mir doch nicht erzählen na ja machst du nichts plus dir aber es ist so wir durften einfach chillen müssen am Anfang ja das tut mir leid ich dachte irgendwie wenn wir schon eine Cobra haben kann ich so ein bisschen frei rum laufen und dann das hat der mich aus ewigem weiterferen aus dem aus geklirrt richtig ewig heut läuft bei mir irgendwie ich hab das Gefühl bei mir nicht so das Ziel verteidigen A-ha Fuck, was fand das? Okay, einer ist rechts unten, also außen NEIN! Er hat sich umgedreht Scheiße Da messer ich ihn Suchen zu messern Der ist hinten im Haus, bei Peter, in den Häusern irgendwo ist er Are you sure? Yes, for sure you know For sure, bro Oh, yo, no Oh, no Der Vater laucht mal in Rallo, bro Oh, yo Ist das so? Ja, 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 genau Yo, bro Oh, nach dem Game Video aufs Klo Oh, no Auf dieser Rampe Alter Bosti Nach drei Jahren Einen Kill Der war gistig Was, das ist doch nicht der erste Kill, oder? Dein dritter, ne Ne, aber nach drei Jahren mal wieder einen Kill, mein ich Alter, war ich schnell tot Du hast mal angehätet, oder? Was? Nein Du hast doch angehätet, oder? Naja, kein bisschen Siehst du, das ist gleich wie ich vorhin bei Harted bei mir Ja, manchmal, das ist einfach komisch Das ist dann einfach COD Rotmasch Okay, ich hab da hinten einen markiert, du siehst ihn auch von rein Ja, ja Aber ich glaub, da geh ich lieber da hin Ey, ich hab viel früher gefasst Du Penner Du Dieb Wir haben den Gang verloren Super Saiyajin Super Saiyajin Aber ich weiß auch nicht Das Ziel zerstören Ach du, du bist weggerannt Und dann bin ich wiedergekommen Ja, ich dachte Ja, ich dachte Äh, der kommt außen Glaub ich zumindest Ja, der kommt doch nicht Doch, hat mein Kleiner kaputt gemacht, du Mongo Bleib trotzdem hin Mit sie viel Ziere außen Alter Hinter dir Ja Ja Du brauchst die, Alter Warmaschine, ey Jetzt packst du aus Doppelmesserwonde, Alter Gib dir das Das ist übelst krass Das darfst du nicht sein Ich bin doch Ich hab geschossen Guck, wow Wow, wow Pfff Bei mir hätte das nie funktioniert Und man spaltet auch nicht den Scheisschädel mit dem blöden Messer Ja, ja Du bist immer benachteiligt, dass Kai genau Ja Wir haben die Bombe Alter, auf unserer voranen Seite ist niemand Oh, du rechst Baum, Alter Mach von rechts Machst du beide Ohhhh Fuck da oben warten Wir haben den Kampf verloren Bereit machen für den Weg Huh Bist der Fähigste gestorben Bist der Fähigste gestorben Bist der Fähigste gestorben Bist der Fähigste gestorben Nach dem Rötchen gehe ich eh Weih Lege mich mal zum Vor allem unterbissen Duschen Mit Heart Like Nee Duschen Duschen muss er noch Ja Dann springt er noch hoch Da wollte er mich messern Da wollte er mich messern Da hab ich heftig den Panic-Knight Hab ich heftig den Panic-Knight Schoben So ein Drecksmesser Arsch doch Nee, übelst Panic-Knight Wurde angeschlossen Guck euch das an Wurde besser der Vor allem bei Fähig glaube ich auch gehabt Was ist denn jetzt? Duschen 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 Das ist geil, wir müssen so weitermachen Du musst jetzt gewinnen Felix Ja Ich nehme die Bombe Hallo Pascal Hallo Du hast mich angestuft 15.33 Hallo Kann ich das jetzt? Hallo Wie kann man Schätzung Pascal Schubst die an 15.33 Daumen 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 Nachgesprochen Gut wiederholt Danke Kein Ding Ich hab's so je gewusst Dann schütt doch wieder oben Unten Unten Oben Ah scheiße War das nicht irgendwie klar? Wolfgang schießt aus dem Fenster Was er nicht machen soll Mit der Ja Bei der Waffe bleiben Wollen wir entschärft? Du hast gesagt wir müssen gewinnen Wir haben's getan Gut gemacht Noch nicht Aber Basti hat gemeint Die Runde oder? Ja die Runde Du hast ja gemeingesagt Nein Jetzt müssen wir mal gewinnen Ja Das Ziel verteidigt Ja das kann man so oder so sehen Aber Ja Stimmt XO Okay Da kam eine Granate entgegen Ich wusste einer kommt Sie haben ja nicht Granaten gespand Aber nein Da hinten ist bei den Sporen Oder bei Chill Die Bombe wurde platziert Komm dir helfen Boah verzieht die Waffe Bleib stehen du Ratte Na fuck Da machst du nichts gegen zwei Ja nix machst du da Machst echt ja nix Oh man Das Ziel verteidigt Ohohoho Action Brot Scheiße Dein Deez hat den bad Dein Deez hat echt den bad Dein Deez hat echt den bad Ja ich weiß Oh Warte von deinen Ah fuck da hab ich mich selbst Von oben Einer oben Einer unten Einer war da vorne Da hab ich fast gekillt Du musst halt vorsicht nicht weitergehen Einer war oben Ja ja ich hab's die Trap dran Die Bombe wurde platziert Ist ok Der Chip ist da Wie Bitte wie Ah fuck Da kein Ah Ja das Aiming war scheiße Ja Fast ich hab gegen Ende ein bisschen nachgelassen Ich glaub müssen wir jetzt noch Ich hab übel nachgelassen vor allem bis Ende Nein nein Du hast gegen Ende nochmal übel zu War Machine Und gesagt Nicer Jump Nein Da war ich dann mal die Ballerina Nummer 1 Suchen und zerstören Ah Ja Das gewinnen wir jetzt noch Pascal Ne Jetzt verlieren wir hart Sieht schlecht für euch aus Wenn ich so ein bisschen reinlaufen Alter Hier kommt schon wieder die Granaten Warum Warum Frack ich einfach Da kam von der Seite Ist ja durchgerascht Hau mal rein Ja genau man leider Ja Voll lang gezielt Und ich muss ewig eingeben Ich war übel Verarscht Verarscht Ich muss anders laufen Da ist einer im Koffer Oder auf dem Laster Ja ich hab mich da rein gestellt Nice Aber dann kam halt der Felix von der Seite Nice 2 Wir haben die Bombe Glaub mich dass ich Sidrapped habe Blatt Granate Sidrapped ist so ein Richtiges Anti-Bastia-Item Was ist ein richtiges Anti-Bastia-Item? Elekton Claimor Sidrapped Boah er kommt mit meinen Dead Silence aus Er kommt mit meinen Claimor aus Ach du Kacke Das war nice Okay Ja den Kills bis zu so Ja den Kills bis zu so Ja hat mich jeder wechselt Neul Arzt Ja ich hab's gereist Ja ich hab's gereist Ja und wieder Ich hab alle Games gewonnen Was klar ist trotzdem simulant Und besser bist du Trotz bist du Trotz bist du Ja das hat nichts zu tun Biss du bist 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 Ich bin schlecht Ich bin schlecht Ich bin gut So ist es